hallo welt da sind wir wieder wir sind hier in der grafschaft never stay und die liebe sara ist auch da hallo liebe sara ja hallo youtube ja ich bin auch da meine achse ist kaputt hast du noch steine und so ok ich ja unterwegs stichwort unterwegs sagst du sara dann ist mir was aufgefallen wir haben sehr viel ich habe sehr viel eisen ich habe über 1000 teile eisen hier drin bei mir wie kommt das denn wie komme ich denn daran ich habe vorhin was rausgenommen und zerlegt aber das war noch keine 1000 teile die ich da hatte stichwort unterwegs hattest du schon gegeben ja wir haben gesagt wir riskieren das mal es ist zwar kurz vor dem nächsten siebten tag der nächsten siebten nacht vielmehr aber trotzdem wollen wir es mal riskieren noch einmal auszuziehen und ein bisschen was zu plündern und ich schlage vor dass wir richtung maisfeld gehen dass wir da also ein bisschen mais holen und gucken was es da sonst noch so gibt in der gegend aber ich komme mal eben die schlicht dann auch erstmal das holz ab ist doch alles beschriftet ich brauche doch nur zu gucken hier ja wasser nehmen wir mit steine müsste ich mir gleich noch mal rausholen auch steine finden wir auch unterwegs ich glaube ich nehme die von unterwegs so schwupp rein damit gut hast du so ein eisenknüppel oder eine bessere waffa du hast ja den bogen genau ja stimmt ja ich habe keine reisenknüppel ich bin auf die drauf gesprungen sorry du uhrleicht nee nichts passiert ich dachte ich dachte nur da hat sich jemand das bein gebrochen gerade nach dann habe ich ja ein weichen schädel so der plan sieht folgendermaßen aus wenn wir auf die karte gucken dann haben wir irgendwo markiert ein holzlager haben wir markiert wir haben ein maisfeld dort markiert ist das bei dir auch markiert sara wo genau das ist das ist 162 nord und 1038 ost ist das richtig da sind wir jetzt oder also ich sehe eine rote flagge ich weiß nicht ach so 839 nord 206 ja 800 821 nord und 784 ost ist das genau da ist das maisfeld und mir ist warm auf wie auf wie vorsicht stacheln das ist auch irgendwie glaube ich neu irgendwie also jetzt nicht mit der alpha 17.3 sondern vorher schon gewesen in dem verbrannten biome scheint es jetzt auch richtig heiß zu sein ich meine das war früher nicht so zumindest nicht so heftig hast du ein poncho dabei leder poncho der könnte helfen du hast die du hast glaube ich die dicke jacke noch an kann das sein ja du hast die winterjacke noch an okay nütze ich die mal aus oh gut ausgerüstet mit deinen ähm metall dingern da ich glaube ich glaube er hat es geschafft hat es überstanden punkte bekommen ah level up hast du ok hast du ein paar pflanzenfasern dabei ja gut ich hoffe ich habe auch welche dabei dann rezepte rezepte dann auch nicht genug habe ich zwar nicht geguckt aber ich glaube die haben nichts dabei also wenn dann lassen sie ab und zu mal was fallen dann sieht man aber so einen riesen beutel haben die dann fallen gelassen also den sieht man äh pflanzenfaser brauchst du habe ich schon ich habe immer 24 stunden grab du damit du we skal o ik amen vent du du wieder du ду du also du guck der du dive Da ist ein Haus. Waren wir da schon mal drin? Ich glaube da noch nicht, nein. Wo bist denn du? Ich laufe hier gerade den Berg hoch. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen Richtung Norden hier. Ich gucke mal auf die Karte. Och, noch lange nicht. Nee, wir können ja noch weiter den Weg gehen. Aber das ist so warm hier, oder? Ja. Gehen wir so ein bisschen hier ins grüne Biom und dann können wir links gehen. Dann gehen wir durch Dyer's Will, denke ich. Wenn wir hier so lang gehen. Da dürfte es dann etwas kühler sein, meine ich. Da kommt jetzt. Wo ist denn du schon wieder? Ich bin, ich bin den Hügel da hochgegangen. Aber jetzt sehe ich hier gerade so viele Punkte, die hier rumlaufen. Die möchte ich mir nicht entgehen lassen. Uns. Ja, rein ins grüne Biom, denke ich mal. Ja, sofort. Ich sammle hier noch nichts. Was ist der Eier? Oh, ich bin hier. Ich bin hier. Oh, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ach, da bist du ja. Ist doch etwas angenehmer hier zu laufen, oder? Ja. Ah, ist das ein Reh? Nein, das ist ein Zombie. Was? Jetzt echt? Wo kommt der denn her? Ja, hast du den schon gesehen? Den Touristen hier? Nein, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin hier unten bei den Schrottdingern. Bist du, du bist so. Ich bin hier so ein Stück hoch am Hügel. Rechts von dir. Ja, den haben wir doch schon mal gesehen. Echt? Echt? Voll krass, so einer. Ja, früher gab es den auf jeden Fall, aber der kam, der, ich dachte, die kommen, der ist nämlich ziemlich hart, äh, ziemlich schwer niederzuknüppeln. Ich dachte, die kommen erst später. Aber jetzt haben wir Tag 14 erst, unsere zweite Nacht erst. Ja gut, das könnte mit dem Patch irgendwie zusammenhängen, dass das da geändert wurde. Die, äh, kannst du dich an die Kreischerin erinnern? Diese kleine, mit den schwarzen Haaren? Hase! Ja, leider sehe ich ihn nicht mehr. Da ist ein Zombie vom Himmel gefallen. Ach was. Ja. Ich habe auch den, ich habe auch so den Eindruck, dass die manchmal abgeworfen werden. Irgendwie. Was hast du denn für eine Waffe? Das ist dieser Eisenknüppel, aber warum kann der denn sowas? Wundert mich gerade. Da müsste ich doch den Skill erstmal nehmen, dass der sowas kann, dachte ich. Wie war es noch alles? Am Controller weiß ich leider nicht. Auf der Tastatur wäre das R. Noch einmal auf die Karte geguckt. Ah, wir laufen um Dyer's Will herum, denn sonst werden wir wieder abgelenkt in Dyer's Will. Ich bin schon wieder lang zu übernommen. Ja. Und rutsche ich schon wieder weg. Ich laufe in die Richtung, ah, du bist da hinten, du folgst mir. In die Richtung, Richtung, Richtung Maisfeld. Oh, der ist gut. Oh, der hält was aus. Oh, ja, der hat was fallen lassen. Dose mit Hundefutter. Cool. Ne, Jagdgewehr. Aha. Schmerzmittel. Und ja, Patronen für das Jagdgel. Aha. Seidiger, danke. Äh, Dyer's Will, hast du gesagt, nee. Ja, Udo, können wir rumgehen, sonst werden wir da bestimmt abgelenkt. Brauchen wir Papier? Alles. Alles, alles, was wir finden. Alles, was nicht nid und nagelfeste ist. Alles. Sonst lahme ich gleich. Aha. Boah, was ist das denn? Wie kommt das, wie kommt denn das, dass die, das kann ja nicht sein, dass die Waffe jetzt so stark ist? Das wundert mich jetzt doch, aber ich habe schon wieder so einen Schatten. Ich habe schon wieder, ich habe eine Wolke über mir schwebt. Ah, jetzt nicht. Oh, hier waren wir scheinbar schon. Wieso ist da alles leer, oder? Ja. Es sind noch ein paar Eier drin und Federn. Gut. Hoffentlich gibt es keine Krokodile. Oh. Wo bist denn du schon wieder? Ich gehe in die Richtung Maisfeld. Ja, ich muss immer hinter dir herröhnen. Du hattest ein Jagdgewehr gefunden. Wo du? Also, ich bin jetzt auf der Brücke. Ja, ich komme langsam angeschlichen. Ich habe keine Energie mehr. Ach so. So. Gut. Sind wir da? Noch nicht so ganz. Hier vorne, das möchte ich ganz gerne durchsuchen. Working, working, working stiff tools. Hört sich an, als würde es da Werkzeuge geben. Hier, guck mal. Ja, Zombies gibt es auch. Jetzt warte. Ja, Zombies gibt es auch. Da rennen ja ganz schön viele rum hier. Wir sind wieder rausgekommen. Ach, da ist die Tür auf. Ich stirb doch mal. Weiß den Kopf treffen. Wie viele Punkte hast du? 719? Ja. Ja. Da, die kriegen wir beide dann die Punkte immer von denen. Ach, ich hab da einen Steinpfeil aufgehoben. Hallo, hier raus. Oh nein, der macht die Tür kaputt. Ah, sieh. Das war doch vorher nicht so. Das ist doch bestimmt mit dem neuen Patch gekommen. Ich glaub auch. Das kann doch jetzt nicht sein. Also ich weiß, es gibt ein Skill dafür, dass man sowas kann. Aber den Skill hab ich doch noch nicht. Ich hab doch gewartet. Ich hab doch keinen Skillpunkt verteilt. Hallo, jemand zu Hause? Äh, hier röchelt noch jemand. Auf dem Dach vielleicht. Oh, was war das? Oh doch, hier sind noch einige drinnen. Lass uns lieber raus. Oh ja, drei zähl ich schon mal. Und dann werden in den hinteren Räumen wahrscheinlich auch noch welche sein. Raus. Oh, was ist das? Das sieht aber auch gut aus. Sehr schön, wir brauchen. Oh. Wow. Du bist das. Okay, ich guck mal lieber hinten, ob da noch mehr sind. Hinten, in den hinteren Räumen. Wai. Ja, da ist was. Zwei seh ich. Aber. Einer nur noch. Ach, du machst das schon. Irgendwie hab ich den Eindruck, das läuft gerade ganz gut hier mit diesem Eisenknüppel. Oder da ist doch noch irgendwo was. Vorsicht. Es könnte einer drin sein. Ich hör was. Nee. Hier. Leck hier. Die Bank geht schon kaputt. Die sind draußen. Ich lauf mal eben raus. Die Bank geht schon. Oh, eine Steinspitzhacke hat sie dabei gehabt. Schön. Oh, Vorsicht, da oben ist einer. Oh. Am Regal jetzt. Das war er. Okay. Ah, da sind noch einige drin hier. Wow, da sind noch vier. Wenigstens vier. In den hinteren Räumen. Die sind ganz schön sauer. Hast du ihn im Kopf gesprengt? Oh, das hat die. Oh, blickbar mal. Oh, wer faucht hier noch? Irgendwo. Wow. Da hinten ist noch einer drin. Ja komm, dann mach die Tür kaputt. Oder komm. Habe ich da Hunde, Wölfe gehört? Ich hab keine Ahnung. Hast du erledigt? Ja, ja, ja. Aber irgendwas schlecht. Da kommt noch jemand aus dem Wasser. Da kamen sie. Die aus dem, aus dem Fluss kamen. Wow. Hund. Hund. Jetzt brauche ich Hilfe. Ich bin gleich. Den schaffe ich nicht. Das ist nicht gut. Wow. Da kommt noch eine. Weg da. Weg, 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 weg. Weg mit dir. Weg, weg, weg. Lauf, 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 lauf. Entschuldigung. Entschuldigung, da ist noch ein Hund drin. Der war hinter mir her. Weg mit dir. Entschuldigung. Du standst da gerade so im Fluchtweg. Der Hund, der ist doch tot. Ist der tot? Ja. Wie kommt das denn? Alles tot. Hast du ihn erwischt? Ja, ich... Oh gut. Hast du ein Messer dabei? Ja. Vielleicht finden wir ja hier ein Messer. Aber vielleicht kann man auch so mit den Sachen draufhauen. Mit der Axt oder so. Ich weiß nicht, ob da was rauskommt dabei. Ja, du musst aufsammeln, Richie. Guck mal, hier. Da. Sammle alles ein. Ich bin nämlich voll. Ich bin voll gesungen. Vorsicht, da kommt noch einer. Wo kommen denn die alle her? Wo kam denn... Ich hab jetzt gar nicht so drauf geachtet. Boah. Ach, der lebt noch. Ich glaube, wir müssen in der nächsten Folge weitermachen, oder? Ja, da komm ich auch. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für... Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020